Die Deutsche Bahn ist Vorreiter für die Mobilität 4.0 und sie startet mit den autonom fahrenden Bussen ein neues Mobilitätsangebot, das den öffentlichen Personenverkehr in den Städten grundlegend revolutionieren wird. Ich bin ganz besonders stolz und habe mich auf diesen Tag gefreut, und zwar weil es der erste Kleinbus ist in Deutschland, der selbstständig und zwar mit echten Fahrgästen unterwegs ist.